Hallo, ich freue mich von Herzen, dass du heute wieder dabei bist. Ich arbeite täglich mit Menschen, die die verschiedensten Probleme haben. Und egal, mit welchen Problemen die Menschen zu mir kommen, es zieht sich im Prinzip das Thema durch das Leiden. Egal, ob man leidet in einer Beziehung, ob man leidet unter einer Krankheit, ob man leidet im Beruf, weil man gemobbt wird, unter Ängsten, unter Depressionen. Es zieht sich durch wie ein roter Faden dieses Leiden. Und dafür ist dieses Leben nicht gedacht. Und dieses Leiden ist schneller aufgelöst, als du dir es wirklich vorstellen kannst. Ich erlebe es ja jeden Tag. Ich bin so dankbar, dass ich jeden Tag so vielen Menschen aus diesem Leid heraushelfen kann. Und das geht so, so schnell. Das ist wirklich teilweise in Sekunden möglich, da herauszusteigen. Und es bedarf natürlich ein bisschen Vorarbeit, zu verstehen, warum man denn leidet und wie man das konkret verändern kann. Und ich habe festgestellt über die vielen Jahre, wo ich jetzt mit Menschen zusammenarbeiten darf, dass es zwei Hauptgründe gibt, die Leiden erzeugen. Das ist einmal das Urteil über eine Situation. Das heißt, mein Partner hätte mich nicht verlassen dürfen. Das ist nicht richtig, dass ich hier diese Kopfschmerzen habe. Oder das hätte anders laufen müssen. Ich hätte anders reagieren müssen. Ja, dieses, das ist nicht richtig, das ist falsch. Oder das ist ein unangenehmes Gefühl, das ist falsch. Und durch dieses Urteil sind wir jetzt gleich beim zweiten Grund für das Leiden. Wir lehnen es ab. Wir sagen Nein dazu. Und dieses Nein, 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 das darf nicht sein. Das erzeugt den Schmerz. Ich sage dir auch gleich, wie du es lösen kannst. Weil ich kann mir vorstellen, in dir schlägt jetzt alles Alarm. Und du denkst dir, ja wie jetzt soll ich das gut finden, dass mein Partner mich belogen, betrogen hat und seit Jahren ein Doppelleben geführt hat? Soll ich das jetzt gut finden, dass ich Krebs habe oder dass ich, was weiß ich, Diabetes habe oder mir das Bein gebrochen habe? Soll ich das gut finden, dass ich Ängste und Depressionen habe? Natürlich nicht. Du sollst es nicht gut finden. Aber das Verurteilen macht erst das Problem tatsächlich. Ich erkläre dir gleich, warum. Dieses Nein macht also den Schmerz. Durch dieses Nein lehnst du dieses Problem ab und alles, was du ablehnst, wird größer. Alles, was du wegdrückst, kommt noch mehr zu dir zurück. Druck erzeugt Gegendruck. Versuch mal mit der Hand, such dir mal eine andere Person und drück mal mit der Handfläche auf die Handfläche der Person. Und du wirst merken, je mehr du drückst, umso mehr drückt die Person auch. Mach wirklich mal diesen Test. Das ist so augenöffnend, wenn man das mal erlebt. Und genau das machst du dann mit diesem Problem, mit diesem Zustand, in dem du gerade bist. Du drückst es weg und es kommt noch stärker zurück. Das ist auch der Grund, warum Ängste, die wir wegdrücken, irgendwann so groß werden, dass sie sich in einer Panikattacke entladen. Warum Traurigkeit und Einsamkeit, wenn wir es nicht annehmen und auflösen, sondern wegdrücken, auch immer größer wird und dann eine richtig intensive Depression wird, wo wir gar nicht mehr aus dem Bett kommen. Genauso ist es mit körperlichen Symptomen. Unser Körper ist hochintelligent. Der schickt uns immer wieder Botschaften. Erst werden Gefühle geschickt. Ja, Angst, Wut, Hilflosigkeit, was auch immer, was negativ ist, um uns aufzuwecken und um uns zu zeigen, Hallo, guck mal hin, da ist was nicht im Gleichgewicht. Du bist nicht glücklich, du bist nicht in der Liebe, denn das ist unser Normalzustand. In der Verbundenheit, in der Liebe zu sein, das ist das, was wir eigentlich sind. Natürlich gehören all diese Gefühle zu unserem Leben. Die sind wichtig, weil die zeigen uns an, wenn was geändert werden darf, wenn wir nicht im Fluss sind, wenn wir blockiert sind, wenn wir auf dem falschen Weg sind. Alle Gefühle sind wichtig. Und wenn du jetzt sagst, ich lehne die ab, ja, dann ist das wie, wenn du zehn Kinder hast. Stell dir vor, du hast zehn eigene Kinder. Und fünf davon lehnst du ab und sagst, die gefallen mir nicht, die gehen weg. Die Kinder wollen alle geliebt werden. Die klopfen an die Tür und sagen, lieb mich jetzt endlich. Ja, alles gehört dazu, wenn du was ablehnst, schließt du etwas aus und du bist nicht mehr im Gleichgewicht. Es läuft nicht rund und es ist auch wahnsinnig anstrengend, das immer wegzudrücken. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt. Wenn dann der Körper Emotionen geschickt hat, du das immer weggedrückt hast, irgendwann wird er ein Symptom schicken. Vielleicht sind es am Anfang nur Kopfschmerzen. Vielleicht tun dir die Knochen weh oder irgendwas. Oder du hast ständig Erkältungen, Nasennebenhöhlenentzündung, Bronchitis, Schnupfen andauert, jeder Infekt springt dich an. Das ist schon die nächste Botschaft. Okay, wenn du das immer noch nicht hörst und verstehst, sagt der Körper, ja, was soll ich machen? Ich habe Gefühle geschickt. Ich habe Gedanken geschickt. Ich habe Symptome geschickt. Ja, oder sie hört nicht, jetzt muss ich noch krasser werden, damit wir hier nicht gegen die Wand laufen, damit wir unsere Seelenaufgabe hier erledigen können. Denn deswegen bist du hier. Du hast eine ganz bestimmte Herzens-Seelen-Aufgabe. Die hat jeder Mensch, auch du. Und warum es dir schlecht geht und leidet, hat auch damit zu tun, dass du von deinem Herzens-Seelens-Weg abgekommen bist. Abgekommen bist von dem, was dich erfüllt, was dir Freude macht und was die Liebe ist. Und all diese Gefühle, all diese Symptome wollen dich auf diesen Weg zurückbringen. Das ist wichtig und das ist ein Geschenk. Durch das Ablehnen schiebst du es aus deinem Wirkungskreis raus, hast dadurch keine Macht mehr darüber, denn was du wegschiebst, da hast du keinen Einfluss mehr drauf. Ja, und dann fühlt es sich an wie, ich bin im Hamsterrad, ich bin hilflos und ausgeliefert. Das Zauberwort heißt annehmen. Annehmen, da sein lassen. Annehmen und da sein lassen heißt nicht, ich finde es gut, ich finde es toll, sondern annehmen heißt akzeptieren, okay, es ist so, wie es ist jetzt. Ich finde es nicht toll, mir gefällt es nicht, es tut weh, aber okay, wenn das der erste Schritt ist, nehme ich es an. Egal, was du lösen wirst, ob es eine leidvolle, toxische Beziehung ist oder welches Problem auch immer, es beginnt mit diesem ersten Schritt, den können wir nie überspringen, zu akzeptieren, es ist jetzt so, wie es ist. Und erst wenn du das praktisch in deinen Wirkungskreis zurückgeholt hast, den Ist-Zustand akzeptierst, kann es sich verändern. Und mit diesem Annehmen beginnt schon die Veränderung. Mach das wirklich mal von ganzem Herzen, nimm das schon mal an und du wirst spüren, wie sich die Energie schlagartig verändert, wie du schwingungsmäßig durch das Akzeptieren viel, viel höher kommst. Akzeptanzannahme ist eine hohe Schwingung. Natürlich gibt es noch viel höhere, aber du bist schon über die Nulllinie drüber weg und das wirst du unmittelbar spüren, dass da andere Türen aufgehen, dass eine andere Energie reinkommt, dass da wieder Hoffnung, Energie auch freigesetzt wird, um die wirkliche Ursache von deinem Problem zu finden und zu lösen. Und da sage ich dir gleich, die wirst du nicht im Verstand finden, nicht im Kopf, nicht durch Nachdenken, Analysieren, nicht durch Gesprächstherapie, nicht durch Verhaltenstherapie. Nur im Unterbewusstsein findest du die Ursachen. Ins Unterbewusstsein kommst du nur über den Täterzustand ran. Ich mache am liebsten Hypnose, weil es am schnellsten ist. Die Hypnose heilt noch gar nichts. Ja, viele gehen dann zu irgendeinem Hypnose-Therapeuten. Man muss natürlich wissen, was mache ich im Täterzustand? Ja, alleine nur Hypnose wird das nicht lösen, sondern du musst wissen, was mache ich im Täterzustand, wie finde ich da die Ursache und wie löse ich das? Ja, Hypnose allein, da kannst du viel auf YouTube finden, wird dir sicherlich nicht schaden, aber in den meisten Fällen eben dein Thema nicht lösen. Wenn du da gerne einsteigen möchtest, ich habe ganz tolle Online-Kurse, wo du mit Selbsthypnosen dein Thema lösen kannst. Wenn du persönliche Begleitung möchtest, dann melde dich gerne bei mir. Mein Name ist Katja Amberg, ich bin Hypnose- und Paartherapeutin, Spezialistin für leidvolle toxische Beziehungen, auch für Ängste, Traumalösung, Depressionen, alles, was so wehtun kann, auch körperliche Themen können wir uns gerne anschauen. Also wenn du jetzt spürst und dein Herz ruft, ja, 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 wenn da etwas in dir ruft, dann ist es für dich genau das Richtige. Dann melde dich sehr gerne bei mir, die Kontaktdaten findest du unter diesem Video, per E-Mail, Kontaktformular auf meiner Website oder auch über WhatsApp, wäre es möglich. Also ich freue mich von dir zu hören, schicke dir ganz liebe Grüße und beende jetzt endlich dein Leiden, denn jeder Tag ist ein Geschenk. Mach's gut. Tschüss.